Ausführung Nummer 2 Ausführung Nummer 3 Ausführung Nummer 3 Abschaltung eingeleitet Abschaltung überschrieben Oh mein Gott Ja, das Gibt ein bisschen schneller jetzt Habe ich das Gefühl Da heilt sich aber doch schon enorm Oh mein Gott Das ist aber sehr schade, dass ich den dreimal besuchen muss. Ne, wie viel? Viermal. Hier ist es ja dreimal noch unsichtbar. Kacke. Da reiche ich meine Tränke nicht für. Das war so nicht geplant. Wir machen das jetzt mal mit Feuer. Obwohl der angezeigt wird, dass er gegen Feuer eine Verteidigung hat. Ups, falsche. Das wollte ich da nicht anmarkieren. Das wollte ich anmarkieren. Da hat die Heilung wieder nicht eingesetzt. Boah. Geben es da noch über tausend Heiltränke? Das muss man sich mal geben. Über tausend. Also es könnte noch hinkommen. Ja. Aber vielleicht auch nicht. 73 bis 100. Oh, das kommt perfekt. Damit machen wir noch mal ein bisschen mehr Damage. auch Fernkampf mäßig vielleicht ein bisschen. Wobei ich Fernkampf den ja nicht attrakiere. Ne, das muss so gehen. Ups. Na ja, da steht er auch schon wieder. Ja. Geht weiter. Ich werde ihn jetzt eliminieren. De facto, der hat mir schon von Weitem gerochen. So eklig stinke ich aber nicht. Es wird schon wieder auf 1. Ich verarschen. Der macht jetzt nicht. Ja, willst du mich verarschen? Der ist ja jetzt noch heftiger geworden. Oder die Leertaste ist noch beschissener geworden. Eins von beiden. Ich glaube eher, dass das erste zustimmt, dass er noch heftiger geworden ist. Oh, der auf einmal so mega stark angreift. Nee, ich mag euch nicht. Ah, jetzt kommt es noch, dass die mich umbringen. Ich glaube ja auch selber nicht. Und der müsste jetzt wieder Heidetränke haben. Ja. Aha. Nur nicht die Windows-Taste drücken. Ja, jetzt hat er mich schon wieder gem- Wie weit kann er mich denn bitte bemerken? What the fuck? Guck mal, da ist es bis hierhin gelaufen. Ich kann nicht mal- Ich kann nicht mal ordentlich Heiltränke kaufen, wenn er, wenn ich den bis da hinten hin pulle. Bähig. Guck mal. Ich kann noch ein CAS. Das war's. Oh mein Gott, mega spannend. Eigentlich nicht, eigentlich ist es nur draufgeklickt, das ist wie Clicker Heroes. Nur, dass man selber auch sterben kann, Doppel-Heilung, das ist ihm egal. Schnell Reparatur abgeschossen. What the fuck? Maus. Ich würde ja schon gerne über eine Schnellfeuertaste da aufballern, ne? Dann müsste ich mich einfach nur gedrückt halten. Und dann, ne? Dann knüppelt er einfach auf den Gegner auf. Aber dummerweise ist dann das so, dass meine Leertaste dann gar nicht mehr funktioniert. Das ist eben ein Grund, ich weiß nicht warum. Aber das ist schon heftig, dass man den... Das ist mein Ding, glaub ich... Also viermal oder dreimal? Ich hab, glaub ich, gesagt am Anfang dreimal, aber das sind, glaub ich, sogar vier. Wäre natürlich schön, wenn das so drei wären. Dann müssten wir hier nämlich nur noch einmal besiegen. Vielleicht ist der nächste ja ganz schön anfällig für den Strahl des Todes. Na, da hab ich mich schon wieder laufen sehen. Was war's mit dir? So, was haben wir denn für den jetzt bekommen? Jetzt hängen wir einfach mal an. So, ich geh jetzt noch mal kurz zurück zum Master of Tränke. Save aber nochmal. Wenn der Schwinde mich abstürzen sollte. Oh, der hat einen Trank. Neu dazubekommen. Wow. Boah. Ist das zweimal jetzt noch den Shit? Huch. Wieso komm ich hier nicht durch die Tür? Achso, weil die zugegangen ist. Echt? Oder nur noch einmal? Mir wird der nämlich nur noch einmal angezeigt. Hm? Das wird der nur drei? Egal, werden wir erstmal sehen. Erstmal werde ich den nochmal besiegen. Wenn das nämlich nur noch drei sind, dann reichen wir die Tränke voll. Äh, komm aus. Weil mir wird nur noch einen Kreis angezeigt. So, runter. Nummer drei. Ja, der kann einfach durch die geschlossene Türen laufen. Wir erkennen es ja. Wuh. Lol. Wo bist du hin? Achso. Hier, komm mal. Geht durch. Los geht's. Der ist gegen Eis. Der ist gegen Eis immun. Ah, der wird demnächst unterbrechen kurz. Äh, das war aber zu erwarten. Boah, ich hoffe jetzt, dass es wirklich der letzte ist. Sonst wird es kritisch mit den Tränken. Ich werde hier jetzt einfach knallhart eine Überlänge machen. Zumindest für mich. Eine Aufnahme. Ich hoffe, wenn du mein PC... Doch, doch. Der hat noch den Speicher müsste er eigentlich haben. Zumindest für dieses Vorhaben. Weil dann ist nämlich Sacred 2 nämlich schon mal fertig. Immerhin das. Das ist scheinbar auch der leichte Silber, ne? Ganz immer, ey. Enorm viel Schaden von mir bekommt. Nee, du machst dich gerade sehr gut. Ich sorge für Sicherheit. Nein, wenn wir so schnell den Down kriegen, dann würde sogar ein Vierter noch funktionieren. Wenn wir den Tränken. Also nur theoretisch, wenn es einen gibt.